Hallo, mein Name ist Eckhard Kirchner, bin Professor am Fachbereich Maschinenbau der TU Darmstadt, Fachgebiet Produktentwicklung und Maschinenelemente. Ich freue mich hier, ein Statement zum TU Ideenwettbewerb abgeben zu können. Produktentwicklung setzt sich mit den Ideen, mit der Umsetzung von Ideen in kreative, in erfolgreiche Produkte auseinander. Und da sind wir natürlich ganz nah dran an dem TU Ideenwettbewerb. In meinen sechs Jahren mittlerweile konnte ich drei von diesen Ideen im Rahmen dieses Wettbewerbs einreichen, wurden begutachtet, wurden für gut befunden und wir haben jetzt drei laufende Projekte, die eben im Rahmen dieses Wettbewerbs entstanden sind. Was will ich Ihnen damit sagen? Seien Sie kreativ, scheuen Sie sich nicht, Ihre Ideen zu dokumentieren, einzureichen bei dem Wettbewerb, und stellen Sie fest, dass Sie damit die Chance haben, zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen. Gerade hier im Maschinenbau an der TU Darmstadt leisten wir einen essentiellen Beitrag zur Lösung großer gesellschaftlicher Probleme. Sei es die Energiewende, sei es die Mobilität, sei es die Bewältigung der Klimakrise, die Reduktion von Emissionen. Damit setzen wir uns auseinander und da entstehen ganz viele Ideen. Diese Ideen sollten Sie dokumentieren, aufschreiben, Erfindungsmeldung, ein Patent einreichen. Beschreiben Sie Ihre Ideen, diskutieren Sie mit uns Lehrenden am Fachbereich an der Universität und versuchen Sie einfach, Ihre Kreativität zu dokumentieren und zu vermarkten. Wenn Sie da Erfolg haben, ist das ein ganz tolles Gefühl. Ich kenne es von meinen Mitarbeitenden, die eben dann das Grinsen im Gesicht hatten, als sie den Förderbescheid erhalten haben für ihre Ideen im Rahmen der Wettbewerbe. Zögern Sie nicht, seien Sie kreativ und machen Sie mit. Danke und viel Spaß.